Ja, tut mir leid. Ich mache mir Sorgen um meinen Mann. Polizeire, wisst Red Ham? Ich habe Angst. Meinem Mann ist etwas passiert. Mr. John Smith. Ja, ich bin Mrs. Mary Smith. Barbara Smith. Was ist denn mit dir los? Wir ruinieren mich. Wenn ich deine Story in der Zeitung bringen würde... Ja, wir ruinieren meine Beziehung zu Barbara. Watsch, wieso sollen wir wieder eine Beziehung zu... Hallo, hier spricht Stanley Gartner. Melden Sie sich, Wimpelten, Gartner an, Wimpelten, Mayday, Mayday. Hallo? Ja, ich bin's. Was willst du denn schon wieder? Trägt dich mal nicht auf. Ich bin bloß der Typ, der über euch wohnt. Ja, aber ich wollte ihn gerade ins Bett gehen. Vergiss es. Du redest vom Vergnügen, der in Rom in Flammen steht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was... Und was tust du denn da? In der Zeitung. Oh, Herr Misswellen. Schön, dass Sie da waren, Misswellen. Es tut mir wirklich leid, Mr. Smith, dass ich Sie heute Morgen in einem so unpassenden Moment stören musste. Er wollte nämlich gerade mit Mrs. Smith ins Bett. Wollte er das? Ja, das müsst ihr verstehen. Eine äußerst delikate Situation. Wir sind ja an Familienstreitigkeiten gewöhnt. Aber, wie ich schon zu Mrs. Smith sagte, nachdem Sie weg waren, lassen Sie es nicht an dem kleinen Stanley aus. An wen, bitte? Der kleine Stanley. Mein Sohn. Ich gebe dir genau fünf Minuten, um zu mir ins Bett zu kommen. Liebling, wir haben Besuch. Stören Sie sich nicht an mir, ich bin tolerant. Stören Sie sich nicht an mir, ich bin tolerant. Stören Sie sich nicht an mir, ich bin tolerant. Stören Sie sich nicht an mir, ich bin tolerant. Stören Sie sich nicht an mir, ich bin tolerant. Stören Sie sich nicht an mir, ich bin lateral. Untertitelung des ZDF, 2020